Herzlich willkommen zur Videoandacht der evangelischen Wesanete-Kirchengemeinde Höxter. Heute mal in einer etwas anderen Form. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist Jona. Und Jona bekam den Auftrag von Gott, Mache dich auf und geh nach Niniveh. Rede den Menschen dort ins Gewissen, denn ich habe von ihrem bösen Tun gehört. Doch Jona hatte Angst und versuchte zu fliehen. Er nahm ein Schiff und versuchte nach Tarsis zu fliehen. Doch während der Fahrt kam ein großer Sturm auf. Und das Boot drohte zu kentern. Die Besatzung hatte Angst und tat alles, damit das Boot nicht kenterte. Als Jona das sah, beichtete er ihn, dass er vor Gott und seinem Auftrag versuchte zu fliehen. Und als das Meer nicht aufhörte zu wüten, warfen sie ihn auf seinen eigenen Wunsch über Bord. Und sofort hörte der Sturm auf. Und das Meer wurde ganz ruhig und das Schiff konnte weiterfahren. Und Gott sandte ein Wal, der Jona verschlang. Und Jona saß im Bauch des Wals und betete. Und nach drei Tagen und drei Nächten befahl Gott dem Wal, dass er Jona an Land bringen sollte. Und das tat der Wal auch. Und an Land sprach Gott erneut mit Jona. Los, geh nach Ninivi und rede den Menschen dort ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du verkündigen sollst. Und diesmal gehorchte Jona. Und als Jona in Ninivi war, warnte er die Menschen davor, dass sie vernichtet werden sollten, weil sie Böses getan hatten. Da bereuten die Menschen, was sie getan hatten und baten um Vergebung. Als Gott das sah, verschonte er die Stadt und vergab ihnen. Gott ist immer da und beschützt uns Menschen. Er hat Jona gerettet, obwohl Jona versucht hat, Gott zu ignorieren. Und Gott hat die Stadt Ninivi verschont, weil sie ihre Fehler bereut und um Vergebung gebeten hat. Diese Zusage gilt auch uns. Gott ist für uns da und begleitet und beschützt uns. Lasst uns auf sein Wort hören und danach handeln. Amen